So wer den Sonntag eben nicht am Handy verbracht hat oder nicht in die Schlagzeilen geschaut hat heute, Glückwunsch, ihr habt schon nochmal auf jeden Fall wertvolle Lebenszeit gewonnen. Wer jetzt das erste Mal einschaltet und jetzt irgendwie sieht, oh mein Gott, was ist jetzt los, die ganzen Schlagzeilen, die ganzen Nachrichten, hier Handelsblatt, FAZ, die Welt X, alles ist voll von den jüngsten Ereignissen und den Angriff von Iran auf Israel und ich möchte jetzt weniger dieses Ereignis hier beurteilen, sondern uns anschauen, wie die Aktienmärkte jetzt davon betroffen sein könnten morgen, am Montag und vielleicht auch die nächste Woche und was mein ganz konkreter Plan dafür ist, für die nächsten Tage. Blicken wir ganz zunächst einmal auf eine Schlagzeile, die jetzt zumindest direkt hier beim Handelsblatt zu lesen ist und direkt zu diesem Ereignis auch überleitbar ist oder von diesem Ereignis aus überleitbar ist. Ölpreise hoch, Aktienkurse runter, darauf müssen sich Anleger jetzt gefasst machen. Also das Handelsblatt rechnet jetzt damit, dass es am Montag, also morgen, erst einmal bergab gehen sollte mit den Aktienkursen. Schauen wir uns den Bitcoin-Preis an, dann hat der auch schon deutlich negativ reagiert über die Nacht davor schon, also am Freitag schon negativ reagiert und jetzt dann eben nochmal von Samstag auf Sonntagnacht nochmal negativ. Jetzt kann man sich sagen, okay, was hat der Bitcoin-Kurs mit den Aktienkursen zu tun? Er korreliert schon relativ stark, auch vor allem mit den Tech-Aktien und er gilt sozusagen auch manchmal übers Wochenende also als Vorbote für den Wochenstart. Und jetzt kann man sich, wenn man diese zwei Dinge mal anschaut, ja, das Handelsblatt behauptet, es wird am Montag runtergehen, Bitcoin-Preis korrigiert und viele, ich sag mal, viele Personen, die sich jetzt auch auf Twitter oder X, ja, jetzt zu Wort melden, sprechen auch von deutlichen Aktienkurs-Einbruch. Der ein oder andere spricht schon von dem dritten Weltkrieg. Ist das tatsächlich so? Wird morgen die Welt zusammenbrechen und der Nasek zwischen 5 und 10 Prozent einbrechen? Und wenn ja, sollte man dann verkaufen oder das als Nachkaufgelegenheit nutzen? Also ordnen wir das Ganze mal zunächst einmal ein. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier politisch nicht oder möglichst wenig äußern. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist, dass die Aktienmärkte jetzt nicht komplett überrascht werden. Also das ist jetzt kein Black Swan Event, das jetzt völlig keiner irgendwie auf dem Schirm hat und jetzt plötzlich eintritt und die Aktienmärkte jetzt komplett auf dem falschen Fuß erwischt werden. Nein, bereits am Freitag haben wir schon gesehen, dass zum Beispiel hier der S&P 500 oder auch der Nasdaq schon deutlich negativ reagiert hat. Auch ein Grund dafür war auch eben diese potenzielle Aktion vom Iran gegenüber Israel, der sich ja schon seit Wochen eigentlich abzeichnet. Da gab es schon wahrscheinlich im Vorfeld einiges an Kommunikation und die Aktienmärkte haben das Ganze jetzt schon am Freitag ein bisschen vorweggenommen. Der eine oder andere Händler hat vermutlich hier und Trader hat sich vermutlich auch am Freitag verabschiedet und hat gesagt, ich gehe nicht mit einem Risiko ins Wochenende. Und jetzt muss man eben beurteilen, wie wurden, haben die Aktienmärkte das jetzt voll eingepreist? Ja oder nein? Am Ende kann es euch keiner genau sagen, aber was ich auf jeden Fall mal festhalten will, ist, dass wir hier schon das Ganze durchaus nochmal anders hätten sehen können und jetzt so ein bisschen zumindest die, ich sag mal, die Unsicherheit weg ist. Iran hat jetzt seine Aktion durchgeführt. Der Schaden auf israelischer Seite war recht übersichtlich. Ja, es gab zwar eine riesige Attacke von Drohnen und Raketen, die wurden aber zu 99 Prozent abgefangen. Ein paar ballistische Raketen sind eingeschlagen, haben aber eben keine menschlichen Todesopfer bisher verursacht und auch der insgesamte Schaden ist relativ überschaubar. Natürlich ist es trotzdem weiterhin ein Novum, denn Iran hat im Endeffekt zuvor, natürlich, wir wissen, dass zwischen den beiden Ländern hier immer schon ein Konflikt herrscht, aber der Iran hat das Ganze versucht eben immer über Proxys, das heißt über entsprechende Ableger, zum Beispiel die Hezbollah im Libanon, über irakische Ableger oder in Syrien oder auch eben auch im Jemen, ja, immer mal wieder für sich sprechen zu lassen und eben Israel anzugreifen. Ein kompletter Angriff aus dem iranischen Kerngebiet auf Israel gab es in der Form eben noch nicht. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass es aufgrund eben dieser sehr langen Vorfeldkommunikation wahrscheinlich über diverse Kanäle schon im Vorfeld eben auch der Iran kommuniziert hat, wir müssen jetzt entsprechend reagieren, wir werden reagieren, wir werden Israel angreifen und das Ganze hat sich meiner Ansicht nach noch relativ in Grenzen gehalten. Also der Iran hätte noch deutlich mehr Kapazität gehabt, um hier tatsächlich vielleicht auch die israelische Luftverteidigung in vielerlei weiterer Hinsicht zu überwinden und dort vielleicht noch deutlich mehr Schäden zu verursachen. Man hat es eben dabei belassen, eben ein deutlich symbolisches Zeichen zu setzen, das jetzt wie gesagt zwei Novum ist, aber eben keine großen Schäden verursacht hat. Bei uns natürlich aber überall und auch auf X eben zu großen Schlagzeilen führt. Die Frage ist jetzt eher, wie Israel reagieren wird. Auch Israel hat entsprechend, ich sag mal, deutliche Personen oder auch im Parlament und auch teilweise in der Regierung, die nicht vor Krieg zurückschrecken würden und hier vielleicht auch eine deutlich härtere Antwort sehen möchten. Gleichzeitig muss jetzt eben auch hier von der Verbündeter Seite, zum Beispiel die USA, sorgt zumindest im Moment dafür, dass hier vielleicht Israel dann doch nicht so stark reagiert, damit sich das Ganze eben nicht in eine Aufwärtsspirale weiter dreht, sondern das Ganze vielleicht in einer abwärts, also mit einer geringfügigen Abschwächung immer weiter abmildert und eben nicht zu einem heißen Konflikt wird. Ich denke, weder Israel noch Iran noch die USA haben jetzt im Moment tatsächlich Interesse daran, dass das Ganze jetzt zu einem großen, heißen Konflikt unten wird. Die USA ist, je nachdem, wie man sich jetzt ganz vielleicht politisch, in welcher Richtung man sich bewegt, kann man jetzt sagen, die USA ist jetzt auf jeden Fall anders als vielleicht vor 20 Jahren. Die eine politische Seite würde jetzt sagen, ja, ist schön, gut, diese imperialistischen Beschreibungen von vor 20 Jahren, was die USA hatte, wenn sie die nicht mehr an den Tag legt, finden sie toll. Jemand anders sagt zum Beispiel, ja, finde ich jetzt nicht toll, wenn man jetzt irgendwie die Verbündeten nicht weiter unterstützt und eben irgendwelche Hilfspakete hängen in Washington schon seit Wochen und eben nicht an Israel oder die Ukraine weiter geschickt werden kann. Von mir dazu kein politischer Kommentar, ich will das Ganze nur ein bisschen einordnen. Und hier muss man jetzt eben sagen, wenn es jetzt eben dabei bleibt, denke ich nicht, meiner persönlichen Ansicht nach, dass jetzt die Märkte tatsächlich einen massiven Aktienkurs, ja, Aktiencrash sehen werden jetzt am Montag oder die nächsten Tage. Selbst wenn jetzt Israel ein paar Raketen auch Richtung Iran schickt, dürfte das Ganze nicht eskalieren. Anders würde es ausschauen, wenn jetzt natürlich Israel sich entscheidet, keine Ahnung, mit 100 oder über 100 Kampfflugzeugen das iranische Kerngebiet anzugreifen und dort massiv irgendwie Energieinfrastruktur auseinanderzunehmen oder sowas, was dann wiederum für eine deutlich stärkere Antwort wiederum des Irans verantwortlich oder vom Iran führen würde. Im Moment gehe ich davon aus, dass sich das Ganze eher beruhigt und wir dann in den nächsten Tagen tatsächlich dieses Thema auch schon wieder abgehakt haben. Und wenn der Markt jetzt am Montag negativ reagiert, würde ich jetzt eher sagen, sollte man jetzt so ein paar auf ein paar einzelne Aktien blicken und die sich dann vielleicht jetzt ins Depot holen, wenn man die schon länger, ja, auf dem Schirm hatte oder schon länger sich vielleicht ins Depot holen würde. Deswegen jetzt mal ein ganz konkreter Plan für Montag. Es gibt einzelne Aktien, die vielleicht ein bisschen stärker reagieren werden, unter anderem vielleicht SolarEdge, ja, und unter anderem Oddity Tech, das ich euch erst im letzten Video vorgestellt habe. Die will ich mir tatsächlich jetzt am Montag auch ins Depot legen, egal wie der Aktienkurs reagieren würde. Idealerweise würde ich sie mir natürlich gerne hier unten bei um die 32 US-Dollar ins Depot holen. Könnte eventuell passieren, denn Oddity Tech hat ja ihre Headquarter in Israel. Ich denke aber die Aktie, also ich sage es mal so, der israelische Staat ist nicht gefährdet. Deswegen ist auch dieses Unternehmen nicht gefährdet. Und ich habe jetzt keine Angst, dass das Unternehmen jetzt verschwindet, weil jetzt Israel vom Iran komplett in den Boden gestampft wird. Davon gehe ich absolut nicht aus. Ich denke, das wird auch nicht passieren, solange ich lebe, hoffentlich auch. Und deswegen muss man hier auch schauen, was jetzt eben für mich persönlich das Ganze mit zu tun hat. Und ich will jetzt hier einfach sehen, wenn jetzt tatsächlich die Aktienmärkte öffnen und hier der Aktienkurs um 32 US-Dollar wäre, dann würde ich mir das Ganze auf jeden Fall ins Depot holen. Aber selbst wenn er jetzt irgendwie wieder steigt, weil das jetzt eben so eine Erleichterung ist, hey, war doch nicht so schlimm das Ereignis, Audited Tech wandert voraussichtlich Montag oder Dienstag bei mir ins Depot. Jetzt kann man grundsätzlich nochmal auf die Aktienmärkte blicken und dann eher vielleicht nochmal einen Schritt weiter denken, denn dieses Ereignis wird meiner persönlichen Ansicht nach relativ schnell verdaut werden, solange es eben nicht weiter eskaliert. Und dann muss man eben darauf blicken, okay, auf was schauen die Aktienmärkte als nächstes. Wenn ich hier mal auf den vielen Greed-Index zum Beispiel mir anschaue, dann sind wir aus diesem Gier-Bereich, der schon seit Wochen relativ hoch war, sind jetzt mal endlich wieder in ein neutrales Territorium am Freitag gewandert. Und wenn man sich hier mal die Timeline anschaut, wir waren wirklich in diesem Greed-Zustand, also praktisch in diesem Gier-Zustand seit Ende letzten Jahres. Und da sind wir nicht mehr weggekommen. Jetzt das erste Mal wieder im neutralen Bereich. Idealerweise fallen wir vielleicht durch dieses Ereignis auch wieder so ein bisschen auf ein gesundes Angstlevel. Und dann sind das genau eben diese großen Marktereignisse, wo ich dann gern mein Depot weiter aufbaue. Ja, ich habe ja ein bisschen weiterhin Cash. Im Moment 5,56 Prozent meines Depots, direkt hier bei Parkettbring, beziehungsweise in meinem Depot auf dem Verrechnungskonto. Ich habe zusätzlich in den letzten Wochen noch mehr Cash beiseite geholt, mir ein gesundes Polster aufgebaut, damit ich dann eben noch mehr Cash zur Not in einer größeren Korrektur einsetzen kann. Denn es gilt ja langfristig weiterhin das Ziel, das Depot muss wachsen. Und das Depot kann nur wachsen, wenn ich weiterhin Aktien kaufe oder die Aktien performen. Performance-technisch sieht es im Moment noch nicht so ganz so gut aus. Das schauen wir uns aber die nächsten Tage noch mal an. Denn als nächstes kommt eben auch SoFi. SoFi präsentiert die nächsten Tage auch noch mal ihre Zahlen. Da habe ich jetzt schon eigentlich was vorbereitet, wurde jetzt ein bisschen auf den schlechten Fuß erwischt. Also als nächstes schauen wir uns SoFi an. Und der Plan für die nächste Woche ist dann, Audity Tech ins Depot zu holen. Dann vielleicht ein bisschen schauen, wie die Aktienmärkte reagieren. Und ansonsten vielleicht noch mal die ein oder andere Aktie im Blick behalten. Eine schöne Korrektur vielleicht mal kurz abwarten. Wir sehen hier, hier hat sich auch was Schönes gebildet. Im Nasdaq beispielsweise seit März. So ein schönes zuspitzenes Dreieck. Mal schauen, was damit passiert. Durch die jüngsten Ereignisse gehen wir runter. Idealerweise gehen wir hier auf 17,5. Ganz grob. Um hier noch eine schöne Kurslücke zu schließen. Und dann würde ich hier in so einer Korrekturphase, wenn die Aktienmärkte dann mal wieder, hoffentlich so um die 3, 4 Prozent mal korrigieren, die ein oder andere Aktien wieder ins Depot legen. Das ist jetzt mal ein ganz konkreter Plan für die nächste Woche. Also zunächst einmal Audity Tech ins Depot holen. Also israelische Unternehmen anschauen. Auf der einen Seite ruhig in den Markt reingehen. Ich denke nicht, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Nicht zu viel hier von den Schlagzeilen sich leiten lassen. Oder von irgendwelchen Paniken, die jetzt auch auf YouTube verbreitet werden. Oder auf Twitter von wegen Dritter Weltkrieg. Und jetzt geht es los. Und Panik und verkauft alle. Und ja, natürlich, klar. Wenn man jetzt der Bitcoin hier mal größer korrigiert, wird vielleicht auch der ein oder andere auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann sorgt es eben dann nochmal, wie wir es beim Bitcoin auch öfters mal sehen, dann für Liquidation für gehebelte Personen im Markt. Und das führt dann wiederum zum weiteren Kursverfall. Auch Bitcoin war schon so ein bisschen eine Kurskorrektur, auch überfällig. Also meiner Ansicht nach ruhig in den Markt reingehen, ruhig in die Woche reingehen. Auf der einen oder anderen Stelle lässt sich vielleicht sicherlich ein Schnäppchen schlagen. Und ansonsten weiterhin das Ziel, das Depot langfristig aufzubauen. Mich würde jetzt noch interessieren, was du jetzt hier geplant hast für die nächsten Tage, für die nächste Woche. Hast du eine spezielle Aktie im Blick, die du jetzt kaufen würdest? Wenn die Aktienmärkte jetzt tatsächlich mal überreagieren und mal wirklich crashen würden oder heftiger korrigieren würden, schreib es mir unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zu SoFi. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.